Mein beruflicher Werdegang war, ich habe unterschiedlich gearbeitet in kleinen Firmen, habe dann entschieden, in die Telekom-Branche zu wechseln. Großer Vorteil ist, dass man nahe am Puls der Zeit ist und auch Beispiele vortragen kann. Meine Motivation ist, dass ich gerne mit Jugendlichen arbeite und mein Wissen gerne weitergebe. Synergien gibt es sehr viele. Eine Synergie wäre, dass ich Feedback von den Schülern bekomme zur Marktentwicklung und diese dann auch jene, man einen Job integrieren kann.